8.05.2021 Donauinsel. Man sieht, keine Masken, viele Leute. Schön ist das. So soll das sein. Da das nächste Picknick. Und da Skatepark. Keine Masken. Regierung, es hat sich ausregiert. Schaut es euch an. Da trägt niemand eine Maske. Ich habe noch keine einzige gesehen. Keine Masken. Breit und breit. Und das ist erst der Anfang. Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Ja, ich kann das Filmen heute nicht lassen, weil das wirklich Bilder sind, die man seit einem Jahr nicht gesehen hat. Und zwar Menschen ohne Masken. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, wieder mal so viele Menschen ohne Masken zu sehen. Wichtig. Auch hier. Viele Leute.